Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends Ranked mit Link. Hat man das überhaupt verstanden, ne? Weiß ich nicht. Also, wir spielen Ranked mit Link. Und wir haben dreimal Level 5, dreimal Level 4. Schon mal gute Voraussetzungen. Ich bin wahrscheinlich Level 500 wahrscheinlich schon. Also, wenn wir mal diesen Yi aus den Augen lassen. Ja, Shen ist auch mein drittstärkster Champ. Ne, mein zweitstärkster. Ja, Yi, Bubble Mug. Wenn ich ihn taunten kann, dann ist es vorbei für ihn. Ja, eben. Da kann er nur seine Ulti anschmeißen, oder? Kann er das für ihn taunten? Ne. Torns blockt er, glaube ich, nicht mit seinem Ulti. Er kann nicht verlangsamt werden. Aber Stun geht durch und taunt müsste auch durchgehen. Ja. Auf was warten wir eigentlich gerade? Auf unseren Garen. Ne, der... Ach ja doch. Er hat schon mal Thunderlords dabei, das ist schon mal gut. Jo. Weil damit kann er den Nasus richtig hart nerven mit seiner Yi. Den Nasus, den muss er ja auch nerven. Der Nasus ist doch sicher ein Endyspieler. Wie so spielt er auf Jinx Warlords? Warum nicht? Auf Battles ist es 10.000 Mal stärker, vor allem seit Warlords nicht mehr mit Critz funktioniert. Hm. 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 Ferwer of Battle ist 1000 Mal stärker als Warlords auf Jinx, vor allem auf Jinx. Jinx und Kalis, das sind die Besten mit den, mit Ferwer of Battle. Hm. Hm. Da muss ich mir mal zusammenbauen. Weil du stackst ja pro Angriff hoch und machst pro Angriff dann mehr Schaden. Mhm. Und Jinx hat ja dermaßen Angriffstempo in ihrer Nahkampf. Das stimmt. Und wenn ich ja noch schnell Feuergewehr kaufe, was ich ab und zu mache, dann... Dann zählt jeder einzig, glaube ich sogar. Ja. Dann bist du sofort auf deinen Stacks. Warlords, ähm, skalier dir jetzt mit dein Leben, nicht mehr mit Critz. Okay. Also, je weniger Leben, desto mehr Lifestil bis zu 20%. Also, wenn du nur noch einen HP hast, hast du 20%. Heißt, bei Hälfte Leben hast du dann 10% Lifestil. Oh, das ist ja nice. Ja, nur am Ende bist du entweder full life oder tot. Ja. Da bringt dir das nicht mehr viel. Willkommen in der Lane auf Feuer. Ja, der, ja, der ist eigentlich, bin ich am Arsch. Ja, oh, boit, Shadow. Passt. Weil er kann halt kaum seine Sachen dodgen. Ja, der muss seinen Dot hochskillen und weit weg bleiben, fertig. Ja, ja, ja. Ja, anders kann ich gegen Brent machen. Ja, klar. Die Besonnen sind erschienen. Leider rückend, du solltest meine Schwester sehen. Ich glaube, ich schreibe mal mit. Ja, egal. Nein, ich werde hier. Okay. 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 Wer braucht schon Gründer? Brother? Ja. Was? Ja, du staßst fast so auf Karom. Ja, warum soll ich mich denn bewegen? Hat das einen Grund? Wegen, wegen dem Blitzcrank vielleicht. Da kann ich doch loslaufen, wenn er seine Hand rausholt. Wo holt er denn seine Hand raus? Aus seiner Hose. Das würde ich einfach aufs bauen. Nein, niemals. Okay, jetzt habe ich meinen Ton. Ich benutze ihn gleich mal. Um Blitzcrank zum Schaden zu machen. Weißt du, das war geplant, dass ich jetzt in sein Gesicht fliege hier? Ja, klar war das geplant. Ich habe nichts anderes erwartet. Ich habe vor allem im Early-Gain-Trace gewinnen können. Oh, den wollte ich gerade anschießen. Ich habe es gesehen. Die Waffe ist schon hochgeoben. Oh ja, nimm den. Der hat Freunde. Ganz dicke Freunde sogar. Das ist bestimmt der Blitzcrank, wo wohin? Oh, das wäre schön. Dann wäre das Spiel gewonnen. Ja. Oh, kacke. Oh, der war tatsächlich ein bisschen knapp. Okay, dann kannst du dir hingehen sollen und dich schütteln, glaube ich, in den Tonart. Okay. Oh, what im Busch, okay. Das ist schlecht. Fuck. Was? Ja, ich muss bei denen ja auch spielen können. Wäre sonst langweilig. Geht im Busch. Ja, ich stelle ein Wort rein. Stritt er nicht. Geht im Busch. Halt. Schade, eben. Da ist er weggegangen, wahrscheinlich. Geh mal fürs Vorhaben. Mach das. Ja, wahrscheinlich noch lowlife auf der Lane, nach dem Kampf irgendwie. Der hatte noch halbe Lebensruhe. Dann kommt der aber zu Blitzy wieder. Jupp. I can't see you. Was machst du da? Schaden. Ach so. Du musst ihn dafür begrüßen. Na ja, gut, wenn er wieder da ist jetzt, ne? Muss man schon mal Hallo sagen, das stimmt. Oh, jetzt klappt er mich. Jetzt geht er wieder. Ich wäre reingelaufen, fand ich. Ich darf nur, dann nicht. Musste nicht. Solange ich noch auf mich selbst aufpassen kann. Nachher fehlte dein Flash wieder. Wieso wieder, mir hat er noch nie gefehlt. Nein. Ups, ich habe geflasht. Nullte Minute. Ja, aber danach hatte ich ihn wieder, als ich ihn brauchte. Oh, er hat ihn wieder. Er hat ihn wieder gekriegt. Oh, da kommt was. Jetzt haben wir ein Problem. Aber gut, dass er durch meine Falle läuft. Dann haben wir kein Problem mehr. Die lag hier, die war schon fast weg, die Falle, eigentlich. Mann, ey. Pass auf. Ich laufe. Bleib mal ein bisschen weiter hinten. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ich glaube, der ist sogar noch da, oder? Oh, nee. Okay. Ich will nicht ob es sein, dass er gleich wieder da steht. Kann er ja machen. Ich habe Mana für eine Falle. Du weißt, der mag die. Jetzt nicht mehr. Oder? Was machst du noch? Ich habe vor allem, habe ich Ablegenzeit, 20 Sekunden. Aber Doktor ist auch in der Nähe. Aber der hat so, der hat auch keine Ulti, nee. Doch. Hat er schon? Ja. Steht 1-0, Junge. Ach ja, ich komme, ich gehe mal einkaufen. Na, ich würde mal sagen. Na, schade. Na, lass mich weg. Na, dann mache ich jetzt noch die Kühle und dann gehe ich einkaufen. Ich habe nur drei Farben mehr als ich. Das ist nicht viel. Danke. Die hat mir gerade mein Leben gerötet. Wer? Wer? Ich habe eben das Tau gekriegt. Ich wäre verrückt. Beziehungsweise, nein, ich wäre nicht gestorben, aber ich hätte flaschen müssen. Ja, ist sehr doof gewesen, ne? Ja, dachte die sich ja auch so unfair wollte ich mir mal. Ja, ja, eben, warum, ja, eben. Die will fair gewinnen. Ich sehe es auch so. Ich poppe mal nicht direkt vorne, sondern geh mal dahin. Hast du schon Ulti, nee, noch nicht, ne? Wird auch keinen Sinn machen. Nee. Nee, nee, nee. Ich habe am Anfang nur uns 250 geschildt. Der würde nicht reichen, wenn das ist im Blick. Ach, scheiße. Oh, nein. Oh, die Rainer-Kennisse jetzt kriegt, oder? Doch. Nein. Nee. Doch, ja. Ach, ja. Macht da fast gar nichts. Ich bin auch kein Level 6. Aber noch ein Kill oder was. Nein, ich bin Level 6. Wie viel Leben macht die denn noch? Ah, reicht nicht. Doch, ein bisschen. Nice. Ich habe gehofft, dass der Nocturne und der Verjäger schon rüber gesehen. Ich habe gesehen, dass er gut ist und ich habe gedacht, scheiße, rückst du auf die Rakete. Nein, hier ist Mitte, Leute, hat er gerade gewordet? Egal. Was willst du? Oh, er hat gerade erst gehockt. So schnell kann er auch wieder nicht. Nein, er hat nur W gedrückt, oder was ist das? Nee, er hat danach einmal den Clip gehockt, danach, nach der W. Ach so, okay. Muss ich auch nicht. Ich habe es gesehen, das reicht ja. Auf zu porten. Er port schon wieder. Der will dich nur baiten. Ich weiß. Kann er, kann er ja. Ich weiß nicht, wie er hier ist. Hm, die Dings ist wieder da. Ach jo. Im Moment sieht es gut für uns aus. 3-0 Meister, H. Du stehst nicht negativ. Haha, er ist dann eben gedasht. Jetzt hat sie meinen Farm eingeholt. Oh, verdammt. Oh, aber auch keinen mehr gekriegt, obwohl sie zwei hätte kriegen können. Dumb Drake? Ja gut. Hä, was? Als ob er mich getroffen hat. Scheiß drauf, du bist... Du bist schon... Ja, aber trotzdem, der ist eigentlich gefeuert mit beiden geflogen. Ich werde dich bei Riot. Hm. Dieser Exhaust, wofür war der bitte? Ähm, weiß nicht. Da soll er. Und, da wird es hier? Da wird es hier. Lass uns den Quoten nicht antiteln. Ja gut. Oh, jetzt sind die Falle reingelaufen. Wer hat dich hier? Blöde Kuh. Machst du das denn? Hallo? Wer ist denn von denen? Oh, oh Gott. Nasus hat alle ihre Kills gemacht. Hm, ich weiß. Hab's schon gesehen. Ja, wir sind ja total scheiße, wenn. Mach halt, er hat ja keine Magieräse. Der Meiser hat auf den noch ziemlich downbürsten. Ja, der muss aber auch. Wir anderen haben keine Chance mehr gegen den. Ich fackle nicht alle. Ich fackle alles ab. Ich weiß nicht, was der Garen da oben jetzt erzählt hat, dass es da oben so gelaufen ist. Egal. Wieso habe ich jetzt auch mal 15 Fahr mehr als sie? Was hat sie gemacht? Wo ist denn der witzig? Ja, er ist eventuell auf dem Weg in die Mitteleine. Das habe ich gerade gepinkt. Hm, da gehe ich auch mal gucken. Ah, da ist er ja. Mein, mein Regie kam ein bisschen zu spät, verdammt. Macht er, macht er, macht er, macht er. Wenn wir gerade schon mal hier sind, dann pushen wir gerade. Nicht kicken. Nicht kicken. Ich habe ihn gestandt bekommen. Was ist denn mit der Weiner und Spielst du mit dir? Ja. Ich bin neun Sekunden auch wieder Ulti. Ich muss ein bisschen Mana absparen, aber das geht schon. Und dann läuft sie sowieso weg, wenn ich den Ulti mache. Ja, ne Dicke. Ja, ihr ein bisschen Schaden. Oh, shit. Ach, hier habe ich Teleport, ich kann gleich wiederkommen. Ah, hier ist es oben, okay. Ja. Hat er gemacht, um wegzukommen, oder was? Ja. Na, dass es eh nicht queuen kann. Wo will Brent hin? 0-4. Ja, ich kann versuchen, wegzulaufen, aber es wird nicht klappen. Ich renne weiter, ja. Wie gesagt, es wird nicht klappen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, greif an! Kannst wenigstens machen, musstest halt angreifen. Ja, wir haben 5 Energie bis zum Taunt gefehlt, ich hätte in unserer Tower halb taunnen können. Ja. Ergertig, aber gut. Ja, die. Ja, das ist total echt ein Problem. 4-1 Nocta, 7 zweimal zu H. Macht er jetzt Dragon? Ja, ich habe vorhin schon mal den ersten alleine gemacht, will mir schon ein. Ja, sollen wir noch einen machen? Zum bitte und botch gerade auch nicht, dass wir das machen können, aber gut. Ja, lass uns das noch schön kräftig machen. Ja, jetzt wurde es aber ein Bildskrieg. Ja, sollte. Komm schon auf. Ja, klar. Ja, ich glaube, ich stehe unter dem Tower, oder? Nee, der hätte ich fast getötet, wenn ich nicht vorbeigekommen wäre, dass du jetzt tot. Okay. Guck, hier stehe ich nicht unter dem Tower. Okay, ich bin wütter. Ich bin auch nur durch Zufall da noch hingerannt, ey, das war schon. Ah, ich hatte noch 200 Leben. Ich weiß, das wäre noch 2 Hits gewesen, oder sowas, höchstens. War halt Brent an dir, da hast du Glück gehabt, der hat nicht so viele Autohits gemacht, man hatte keinen Mana mehr. Ach, die Nase. Der Nase wird nicht richtig wehtun. Ja. Das weißt du ja auch, deswegen spielt er ja so, wie er spielt. Alles klar. Hast du Ulti, hast du Ulti? Nein. Brauch ich auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich hier ist, ich würde auch passen. Scheißegal. Das Spiel sieht tatsächlich mal wieder gut aus. Boah, geht, ne? Du stehst wieder positiv. Garen hat auch noch einen Kill mittlerweile. Ich habe zwar zwei Assists, aber... Du mich auch. Der hat weglaufen. Ah, Steel, den hätte ich genau gekillt. Oh. Na, da kommt noch eine Wayne. Ich komme nicht aus der Sonne raus. Jo, jo. Wir sind ja auch noch da. Ich bin ja auch noch da. Aber... Also, Noctan ist tot. Oder? Kann Wasser jemandem helfen? Ja, kann er. Alter, warum macht nicht so viel Schaden? Aha! Warum? Du bist an der gestorben und die ist noch... What the? Ich habe nicht auf die geschossen. Die hat mich an der Wand geschossen und dann war ich nur tot. Ja, gut. Hast du Teleport? Hast du irgendwas? Was ist ohne der Tower weg? Ich brauche zwölf Sekunden sicher damit, dann ist er tauschen down. Vielleicht auch nicht, aber wer weiß. Da ist weg. Noch nicht. Noch kann ich den Porten. Oho. Hi. Wie willst du, kannst du auch okay? Hm, ich habe zwei Hits auch so gehabt, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Wayne, äh, Nasus in der Mitte. Ich würde sagen, wir sollten hier fighten, aber steht bei Watts. Oh, der macht viel Schaden. Auuuuut. 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 Aber nicht an dir, oder? Nein. Das war eine Q von eben. Oh, okay. Das ist schon relativ viel an dir, haha. Ich brauche noch Leben. Ich renne mal vor, mach mal Face-Shake. In sechs Sekunden, dann habe ich wieder meine Ulti. In acht, mein Gebirgspanzer. Hinter uns. Hm, hinter mir ist was, hinter mir ist was? Okay, alles klar, läuft. Ohhhh. Ich muss gerade trauen. Oh, ich habe einen Kill her. Keine Ahnung. So egal. Aber ich habe Nasus vorhin mal getötet, das stimmt. So richtig der Meer ist die dumm. Ja, unser Meiser Haar. Ah, der ist der H. 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 Aber die König gehört mir abbrechen. Aua, aua, aua. Oha, die stirbt malerweise, aber. Manchmal bin ich einfach zu blöd auch Hauptsache, er killt den Nasus, das ist ja alles gut Wie was mit Indie-Push anstatt dazu Anstatt so grüß zu werden Ich weiß auch nicht, was der jetzt genau gemacht hat Ich weiß auch nicht, was der jetzt genau gemacht hat Oh, geht auseinander, geht auseinander Warum läuft das jetzt noch mal hin? Gibt Sachen, die muss ich nicht verstehen Ja, Bot-Lane genauso Der Bane ist der Pussen stärker als ohne Bane, ne? Das war dumm, die hatten da kein War dran, der hätte einfach stehen bleiben sollen Das war echt scheiße, er trifft unter uns in Tower, wo Shen und Nocturne drunter stehen Wer da brechen soll, oh nein Ah, verdammt Ja, ich stand in dir drinnen und hab mir die Gebirgspanzer gegeben Scheiße Alles nicht schlimm Was will der überhaupt über ihn? Ich achte gar nicht auf die, was wir über ihn ansprechen Scheiße, überhaupt ein Killkress oder ich Ob so wir gewinnen das Game Wie wär's mit, hier eine Runde Dragon Der dritte oder zweite wäre ganz cool Den Skin von Nocturne sollte ich vielleicht auch mal holen Einfach wegen den Geräuschen Was sollst du hier machen? Den Skin von Nocturne, einfach nur wegen den Geräuschen Das geht nicht so geil Oh, Garen tot Das sind auch echt gut Aber es ist halt Krass noch zum Rücken Das kriegt ja nicht, die laufen ein bisschen in die Base Irgendwie fit Boah, wie langsam der das macht, ne? Oh, Wasser, Wasser, Wasser Alter, was bist du denn jetzt, ja? Oh, ich bin auch da, hinterher Ja, da ist es noch Vayne und Blitzcrank, da bist du nicht, ne? Doch, freut dich Jetzt hättest du vorsagen müssen, da war ich schon da Bitte nicht wieder wie vorhin Na, ach, wieso, wieso? Habt ihr es gewonnen vorhin? Ja, aber es war so anstrengend, das noch zu gewinnen Quatsch Oh, der hat schon 372 Stacks Mit einer Cue haut er mich wahrscheinlich gleich tot Ja, doch, es ist schon viel Okay, wir haben das 30. Minute, es ist viel Es ist schon viel, ja Na, sieh, bleib in der Mitte, bleib in der Mitte Oh, Brand, geht er weg, Brand, geht er weg, geht er weg Oh, Brand Mann, ey Das feiert er ja schon wieder in der Mitte ohne mich Ihr seid alle low Der haut euch alle gleich mit dem Q um Na, gegen Malzah macht er halt nix, ne? Der macht richtig schade in dem Malzah Keiner muss gestorben, nur noch Aber der ist, äh, kommt jetzt aber schon gleich in die Base gewandt Ja, doch, der, ja, er ist hinten rausgekommen, aber ist halt in die Base geholt Ja, der hat das Q von Mars abgerichtet Ja, ja, klar Ich hatte halt keine Energie, wenn ich zeige, ich zu Weil ich hinter uns interessiere mich nicht, weil ich Und das on Tower, den kann ich auch noch töten Ja, den kannst du noch mitnehmen Nein, kannst du nicht, kannst du nicht laufen, einfach weiter Das sind die fünf Leute, die da leben Werden kommt zu dir Ja, ich, das ist ein Yi, wie wir jetzt euch laufen Sieh zu, dass du wegkommst Ich kann ja nicht töten Locker, dann muss er eine komplette Q-Bag Ja, Garen Der wollte dir nicht helfen Sah gut aus Oh, Group mit, okay Der grabt so schlecht Der geht mit rein Stimmt, der Blitzkrieg ist ja nicht Ich sage, wir müssen mal Saha beschützen Ja Nutzt mal deine Ulti lieber für ihn anstatt für mich Ja, nutzt für den, der hat er Ja, ja, alles gut Das ist zweimal gestorben Ich wackele nicht lange, ich wackele alles ab Dauert es dann Wieso ist denn der schon wieder Ulti? Wer war es da? Der hat doch gerade Ulti auf Nasus gemacht, genau zwei Sekunden vorher Nein? Doch, das sah genau so aus Ich gucke mir das hinter dem Video an Minute 30 Ich könnte schwören, dass er genau die Ulti auch auf Nasus angewandt hat Haben wir jetzt eh gewonnen, oder? Wir haben immer einen im Team, der so richtig scheiße ist eigentlich Diese Runde ist es der Garen Diese Runde war selko Aber 4 Sekunden Ja, haben wir Nice Ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen Tschüssi Okay Und dann